Jeweils eine Seite, nur ein Ball. Leg die andere Bälle mal hinten weg. Leg die andere Bälle mal weg. Weg mal weg den Ball. Schau zu Jungs. Wir spielen ganz einfach mit der Innenseite. Wir spielen mit der Innenseite und laufen. Wir spielen hier zum Jan. Wir spielen zum Jan und laufen aber hier rüber. Wir spielen immer senkrecht und laufen waagerecht. Okay? Wir laufen immer nur hier. Die Seite und die Seite laufen hier. Ich sag dann bescheid was wir machen. Aber nur versuchen mit der Innenseite. Zwei Kontakte. Auf geht's. Zum Ball geht's. Da wieder. Und da innen laufen. Jubi. Ihr müsst laufen. Jawohl. Ganz einfach. Und spielst. Versuch den Ball anzunehmen. Und den Partner spielst. Stopp. Wo musst du hinspielen? Flori du musst bald gelaufen. Kommt Jungs. Dauert ein bisschen. Jawohl. Ganz einfach. Genau. Hoch spielen und quer laufen. So. Jawohl. Und jetzt machen wir mal einen Seitfallschritt Jungs. Einen Seitfallschritt. Okay. Auf geht's. Jawohl Sascha. Jawohl. Annehmen. Und spielen. Jawohl. Und wir machen die Knie nach oben. Ja. Kniehebelauf. Kniehebelauf nennt man das. Jawohl. Kniehebelauf. Ja. Besser spielen Jungs. Komm. Janik. Und rein jetzt. Kniehebelauf. Und ordentlich. Pause. Hoch die Kniehebelauf.